so moment ich vergleiche das kurz hallo ja passt michi wir sind läuft diesmal ja na mein Zuckerbärchen wie geht's dir? äh gay alert, gay alert ja ja ich bin gut los hier oh warte mal kurz, soll ich dir noch was sagen? ja du weißt auch, dass die Schusswaffen auch für Omi sind da drin, gell? ja ja danke für den Sinn ja, 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 ja ich wollte es dir eigentlich nur sagen, weil da hätten wir Vollidioten eigentlich von Anfang an uns ganz schön ausrüsten können wir dort im Köpfe ja, wir haben so weil da waren zu spülen ne AK ne ja, die AK wieder ne, ja, da gibt's also wie gesagt, ich habe es hier den Sicherheitstrakt aufgebaut da habe ich das Lagerzeichen gemacht das gibt es jetzt 10% XP, das ist doch mal den Sicherheitsscheiße, wo ist denn der? haben wir ja gestern gemacht, der hat der Reinkaufsrechtsflüge den habe ich noch gar nicht online wie mache ich den online? gesundheit hä, wie stelle ich diese scheiße? ah, hier da machst du Lagerzentrum und dann hast du hä? offline kann ich den nicht aktivieren ja, da muss der Typ noch hier reden mit hier harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen hä, wo, 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 wo wie, wo, 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 wo? mit wem muss ich reden? muss ich da rausgehen mit dem doch 19 meter ich muss rauslaufen nein wo soll ich mit diesem schuchten reden ja was gutes gibt und reden sie mit danny plötzlich nicht mehr da sondern so fuck alle wo ist denn der idiot kommen sie rüber jetzt junge halte fort den blind schlange so jetzt einen neuen vorteil so lage zentrum hast du ja lage straße oder sich arsenal machen wie es mit zehn prozent xp wo gibt es das lage zentrum ja genau hier steigert den erfahrungsgewinn durch alle aktivitäten um zehn prozent das ist doch mal ein argument aber was gibt's neues alles cool mir geht's gut das ist doch schön das freut mich für dich kann ich schon samstag sein ja chris es gibt beim medizintree ja chris gut danke für ihre hilfe wir überleben kann können wir das schon ja aber nicht wie ein labor aktiviert beim medizinzentrum habe ich jetzt auch gemacht gibt es nicht noch eine neue atemmaske als vorteil ja aber warte kurz wie jetzt klinik virenlabor aktivieren ja können wir ja doch passt schon eine suchermine ausrüstung also ich habe keine atemmaske bekommen ich ja muss ich das irgendwie noch aktivieren vorher ja beim laptop hier habe ich aktiviert ja habe ich vorteile und da hast du nicht das freigeschalten moment charakter nein fähigkeiten vorteile xp boost aber doch medizinische führung steigert den wirschutz um ein level 1 ok jetzt mal kurz wo kann ich denn ja fähigkeiten ich würde meinen fähigkeiten akum was ist hier die hilfsposten was ist das denn es bringt es aber nicht wirklich oder setzt ein hilfeposten ab der verbillte halt und auskollte verbillte wiederbeleben kann ja schon aber da ist meine heilfähigkeit ja doch besser weil die kann ich überall hinschießen wo ich will ich brauche unbedingt quarantäne ausbau damit ich meinen impulsgeber verstärken kann die muss ich als nächster ausbauen also kostet auch wieder diese ressourcen ja dann machen wir medizin auftrag als nächstes wenn du willst ja kümmer also ich brauche auf jeden fall dieses wie heißt die scheiße anforderung medizin flügelausbau quarantäne station was kostet die was kostet du schauen wir mal ich glaube dass dein auftrag nicht reichen wird quarantäne 400 doch locker flockig alter geil ja dann lasst uns gleich mal raus ja epische musik schluck vom bier epic immer nach der arbeit alle mich ich habe jetzt die ultimative sniper habe ich jetzt 5000 schaden also hatte ja primär vorher kraft 5000 im osten war kurz die idioten mich immer zurück rein wir können uns reporten wir können porten es ist viel zu weit zu latschen rein und über die karte ja können wir uns porten ins nächste self aus und dann von dort sind noch ein paar meter ja doch ja ja so und zwar jetzt bewusst die karte irgendwo muss hier ich habe hier ein teil das nach ihnen ruft was ist das hallo ha ich gehe mal kurz zur fertigkeit station was kann ich da nicht machen aha self aus blitz reisepunkt gesperrt fickt euch weil keine ahnung weil wir krebs zwischen den arsch packen haben dann gehen wir zu fuß hin dreck scheiße fickt vor zarsch welche doch zum arnold gute armur da und ja gehen wir mal da rein das geht's schlachten warum zum teufel habe ich ja ich habe nicht alles verkauft du auch nicht weil ich sie deine pumpe hinten dran die sekundärwaffe ja ich würde ihm gerne verkaufen ja kann man doch oder nicht weil die mein zweites trotz ist darf ich sie nicht verkaufen echt oh mein ja jetzt aber drei waffen ne pistole auch noch super genau ich habe eine scar und meinen scharfschützen scheißdreck naja du hast die pumpe ja die ist schwach ich höre welche hier bei mir am eck was 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 ja die zwei hier oh da kommt noch mehr oh da kommt noch mehr nie die die alles oder deine ak die gehe ganz schön ab muss ich schon sagen was hast du und wenig schaden nach ja 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 was ist das hier eine 44 karabiner classic wurst die bekommen die sollte stark sein die feuer schaden hast du voll kracht dass du sowieso mehr wie ich was kurieren was war das ist denn alter was soll denn der kack ok ich habe eingetötet und der nächste doch die volle packung der 3000er krit bekommen ok und etwas gedroppt wachpersonal schoner voll für den arsch glaube ich ich habe schusswaffen habe ich 97 ist durch schusswaffen 130 ja weil ich mich ich habe in den saug krasse waffe gekauft die blaue alte meine die waffe gibt mir 173 fähigkeiten stärke und 14 extra tötung cp 10 prozent und ich habe auch dieses ach so nein scheiße soll ich lese gerade jagd schon erfährt er vor willst du level 18 ja schon nach krisen alle 18 meine waffe hat nämlich nichts die hat nur 144 prozent kopfschuss schaden unter dieses talent da wo ich dir gesagt habe mit tötest du einen krieg der zweite den du erwischt wenn du aber den nächsten schuss daneben setzt habe ich vermisst weiß ich jetzt dass ich da keinen schaden kriegt also kein bonus das heißt der zweite schuss muss sitzen ja aber das ding hat keinen recoil 0 deshalb ist die svd sogar die sagen auch dass die beste scharfschützenwaffe die du finden kannst das auto eingestiegen ich mag euch nicht habe ich mal kurz reingetübt ja was soll denn das warum sind job er müssen hier runter angeblich wo müssen wir also sich im bereich betreten ja weil wir hier glaube ich noch nicht waren doch da waren wir schon oder aber nicht in diesem safe ist doch kein safe aus alle ach du jetzt können wir jetzt können wir blitzreise machen ja blitzkrieg warte verkaufen wir unseren scheiß nee wir haben keinen scheiß da ist ein bisschen der scheiß an jetzt kriegt bombi oktoberfest schadenfreude oh dobi such a baby verlassen des sicheren bereichs so also das kleine wiesel hat sich ein paar kaufhäuser zur verbreitung seiner überraschung ausgesucht und abels kennt jeder oh cool michi wir gehen in den kaufhaus wir brauchen einen nicht mutierten stamm des ursprünglichen virus für einen vergleich äh 5 zu dummen arschgeigen und den finden wir nur auf den originalen dollarschein mit dem originalvirus das schlägt wie hier was bedeutet sie müssen rüber zu abels und um nicht zu kontaminierte geldscheine wie möglich herbringen ja das sind arschgeigen ja das sind arschgeigen es ist ein echo in der nähe oh hier ist er krank was hier passiert ist wer will 18 ah ja ok A9 ach du kacke wo hat der schaden warum hat der so viel schaden der hat eine pistole gehabt man und hat mir damit mit zwei schüssen ja aber Pistole what the fuck was ist jetzt hier passiert hier musst du mal her gehen da ist nur anhören das ist ja geil wo kann man sich was anhören ach hier ach du scheiße ist er wie bei der perch alter ja ja ok ja ok hier fackeln ah Michi ich habe etwas gefunden ich habe etwas gefunden oh Michi wir haben blaue elektronik gefunden da bin ich unterwegs oh ja das sind drei stück ein also ich habe lauter grüne und ein blaues gefunden hier ist ein grün und ein blaues bekommen das machen wir mal irgendwas dreimal grün und kommt dann bestimmt die dritte kiste irgendwo oder ich habe ein einziges blaues bekommen ich auch ja ist egal gut woher geht's Maxi mal einen Nutschlinkenkazoll gemacht wieder ich fühl's durch die Nacht den Scheiß oh warte mal kurz wir haben eine Bedrohung ja da vorne ja ist das aufwendig markiert ja was heißt dieser Blitz deine Fähigkeit ist ich habe ja kein was soll ich ihn weghauen oder ich glaube ich ist das Lackhaftklasse ja schieß mal ja genau der ist basic ja Blitz ist das Lackhaft Dinger für Typen ja Blitz zum Beispiel hat der gerade einen bedroht oder nö ich konnte jetzt auch mal da gestanden ach Michi das sieht schon wieder nach Spaß aus ja viel Spaß mit Flaggen ja super ich bin ein Rorschicht dabei ich bin ein Rorschicht dabei ja einmal auszuhint geil all 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 arm the Predator oh Michi komm komm du ich drauf geschossen habe ja macht Sinn all jetzt normal all oh oh also so wie es hier abgeht und so wie es hier aussieht vor allem glaube ich das ist gut ich habe mir geguckt was für Level diese scheiß Mission hat was was sollten wir vielleicht mal machen ich glaube da draußen ist jemand ja guck mal oh Gegner Stufe 8 ja das wird aber nicht lustig direkt an wir haben gestern 7 und was gefuckackt oder 5 nee 5 was das steht von gestern haha okay Agent sie suchen die Geldscheine mit denen unser Freund Amherst seinen ursprünglichen Virenstamm verbreitet hat wir wissen dass er viel über Abel-Zinn und die zum Beispiel oh man warte mit etwas Glück müsste es da also reichlich kontaminierte Scheine geben und zivilisten acht Typen das ist eines der größeren Flüchtlingslager die wir überwarten ich geh mal kurz auf die Seite weich aus ich kann eine große Sache daraus machen aber wenn sie keinen Virus stammen für den Abgleich finden können wir jede Hoffnung auf einen Impfstoff aufgeben also dass das klar ist kein Droh okay mich schießt ich schieß versuche auf den Tank zu treffen von denen dann sobald du freies Schussfeld hast ich hab freies Schussfeld auf dem Tank ah er geht weg warte also der hat wahrscheinlich den Lustball hast er ist im Kaufhaus was sie gesagt haben ja ist die Bündnis verdammt schalt das ist ein scheißdreck jetzt jetzt pass auf okay und jawoll ein weniger Okay, oh ja, ne Kerze. Was für ein schönes Geräusch, einfach. Was? Oh, noch einer. Da kommen wir. Oh, ja. Oh, scheiße, Wiggy. Ich habe eine Axt. Oh, mein Zeug für mich. Hau ihn weg. Oh mein Gott, der kam mit einer scheiß Axt und ein Schild. Erhöhte Kohlendioxidwerte gemessen. Das hört sich nach einem Brand im Gebäude an. Sein blöde Wix. Ja, genau. Moustache. Michi, wir sollten nur mal kurz gucken. Ah, hier liegt was. Warum müssen wir zum Ausrufezeichen? Wir müssen die Sprinkanlage auslösen. Achso. Ja, dann lasst uns abspritzen. Den Brand natürlich. Es ist so falsch. Oh, Michi. Oh, Michi. Ja. Ja. Da gibt's Loot. Ja. Wenigstens mal das sind wir um den Bombeleis. Yeah, ein Bustleis. Kann ich vordrücken? Äh, okay. Ich habe einen MG gefunden für dich. Also, ich kann gar nicht dran gehen, weil das... Ja, ich habe auch eins. Eine RPK. Also, ich habe einen LSW mit, also wenn ich schon, wenn ich da mit Level Stufe 8 2670 habe. Schaden. Hä? Muss meine... Achso, das ist die MPK. Wie warst du? Ähm, meine hat... Also, wenn ich es jetzt sagen würde, 2670. Ich kann so viel, meine AK macht 3000 Schaden. Ja, dann... Fick dich. Ja, und das ist ein Danke für nichts. Ja, okay. Na gut, wer hat dir die AK gekauft? Oder geklaut? Ja, und wer hat dir den Sniper gegeben? Ja, ich musste den Arsch auf hinhalten. Ich habe es dir auch angeboten. Wollte ich nicht wissen. Da muss ich nicht. Ich kann nicht die Scheibe machen. Das verwirrt mich voll, diese zwei Waffen jetzt. Oh mein Gott, gib der Scheiß jetzt die ganze Zeit so. Weiter. Irgendwie, ciao mal. Wollte du mir jetzt eine Bumpe? Ja, natürlich ist überall eine Bombe. So, Brandschutzsystem aktiviert. System in oberen Etagen markiert. Manuelles Eingreifen erfordert mich. Toll. Machen Sie weiter. Ich schaue auf den Plänen des Systems nach, wo es manuelle Zugriffspunkte gibt. Da gibt's Loot. Loot, wo gibt's Loot? Denken Sie daran, Agent. Sie müssen Geldscheine in den ursprünglichen Virenstamm einsammeln. Viel Spaß. Kontrollieren Sie alles. Registrierkassen, Sammelbüchsen, die Trinkgeldkasse im Café. Suchen Sie alles ab, wo Bargeld sein könnte. Warte, hab ich wieder 55 Schuss verballert. Oh, da ist einer. Ach du Kacke. Alter, war einer. Ey, wenn ich den Rücken zudrinnen soll, ist das aber schuld? Hier so ums Eck. Registrierkassen, alles, Alter. Was ist denn hier los? Hä? Ah, bist du wieder... Ah, ja, klar. Da sind wir ja gerade hergekommen. Ja. Mei, mei, mei. Wir sollen alles durchcampen durch, äh... Ob irgendwo Kohle ist oder was weiß ich. Kann ich einfach ein paar Ringe mitnehmen und so, weil hier alles offen ist? Oder keinen? Ah, ich hab was gefunden, aber das ist nur bestimmt ein Schokoriegel oder so'n Scheiß. Das ist nicht geil, der Wappen hat bestimmt ein Schokoriegel. Äh, was war's? Nix. Ja. Ich hör irgendwas. Ungeschei. Echt? Echt. Einmal hier liegt bei mir was. Ah, ja. Auch irgendwas wieder zum Aufnehmen. Wasser oder so'n Scheiß. Ja. Ja. Gut, geh mal. Den Hauptquessner hoch. Oben ist bestimmt nix. Bestimmt nix. Aktives Echo-Signal geordert. Ah, hier liegt was bei mir, wo ich bin. Ein aktives Echo-Signal. Wahrscheinlich ist ein Aufstand hier, wenn sie den Laden plündern. Bin immer mit 303. Tansanit. Führen Sie so etwas? Oh Gott. Sag mir, dass dir die Uhr nicht gefällt. Na los. Es tut mir leid, meine Kreditkarte funktioniert nicht. Es ist kein Problem. Bitteschön. Und 9$ 20 zurück. Ah, wie sie sich ausbauen, weil sie alle hinter sich Dollarscheine anpassen. Ah, verstehe. Vorne. Virologe. Ach, der hat, der wird es verteilt. Das kann dir Hartgeldstriche nicht passieren. Hahaha. Hahahaha. Hahahaha. Moment. Wir sind schon, oder? 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 Ja. Game of Thrones. Ja. Schon so, gell? Ja. Heißt sie. Oh, scheiße. Gott sei Dank. Äh. Was für ein Albtraum. Ah, Michi. Ich habe eine Kasse gefunden. Sehr gut. Test auf Virus-Kontamination. Negativ. Negativ. Test auf Kontamination. Negativ. Das hat der gesagt, nicht ich. Könnte ich was sagen, aber es hat mir eine Aufmerksamkeit. Hahaha. 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 Okay. Ah, hier ist eine weitere Kasse. Äh, ja. Munition-Kiste hier, falls du eine brauchst. Ich bin voll. Ja. Hier ist ein Rucksack mit... Ja, Wasser, wieder kann ich... Also bist du schon oben? Joa. Test auf Virus-Kontamination negativ. Negativ. Hm. Hallo, ich bin eine Fieke, ich kann nicht den ganzen Tag nerven, weil ich ein dummes Scheiß-Teil bin. Hahaha. Sie tragen auf jeden Fall sinnvoll dazu bei, nichts zu tun. Ja, richtig. Ohne Scheiß, wenn ich wiedergebogen bin, dass irgendein Tier sind irgendwas, was ich vom Fliegen ernährt, weil ich die ganze Zeit einfach nur hinstellen muss und warten, bis ich hier zu mir komme. Ich guck mal, wie sie sinds. Hoppala, sorry. Hier, eine Kasse müssen wir nur... Äh, Alter. Waren das Puppen oder... Ich glaub nicht. Wo? Hier, Mac, da... Da hat jemand gezündelt. Wo? Bei dir? Ja, hier. Hier hat jemand gezündelt. Das sind Menschen. Ah. Hab gehört, die brennen gut. Die riechen auch gut, wenn sie brennen. Sinds... 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 Nein. Nein. Hä, wo ist denn das? Crunchy Kelvin! Crunchy David, ja! Oh, god... Pues, das ist so falsch. Der Brutzler vom Wiesenhof. Hä, wo ist denn das hier... Die, ähm... Ich suche auch grad Kassen, aber... Test auf Virus-Kontamination negativ Ja, was jetzt? Ach du Scheiße! Wo kommst du denn her? What the fuck? Ist die sein... Den Bereich sichern, okay? Ja... Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man! Macht der Schaden! Ah, ein Stoffwerk erhöhen ist doch so ein bisschen Potenzielle Feinde nähern sich über die Rolltreppe Ich schieße das von drüben auch noch runter Okay, okay, okay Ich kann mal kurz hier... Mir geht's nicht mehr so Mich gut machen Ah yeah, jetzt ist's ab Diese ganzen Scheiß... Jawohl! Das war ein guter Schuss Diese ganze Scheiße verweckt mir die Sicht Wo sind die? Ah, hier oben! Jaja, die sind eins höher und haben von oben und runter geschossen auf mich Oh, ein Hund Oh, Liliana! Deshalb macht der so viel Schaden Ich bin hinter denen! Ah! Juhu! Oh, shit! Der war nehmlich daneben gestanden! Es ist ein Halt, ob der gibt's? Ich hab's... Hm? Oh! Der reich gesichert Ist der Straßensperr? Ich hoffe, die Cleaners fackeln nicht alles ab, bevor sie diese Geldscheine gefunden haben Ja! Selbst wenn nicht, extreme Hitze zerstört DNA Ab etwa 95 Grad Celsius brechen die kovalenten Bindungen Und dann löst sich die Doppelhelix auf wie ein billiges Abschlussbeigleid Ein Grund mehr, sie in Schacht zu halten, Agent Wie gesagt, Zeitdruck Test auf Viruskontamination negativ Test auf Viruskontamination negativ Test auf Viruskontamination negativ Test auf Viruskontamination negativ Oh, du bist so gebildet Ich schlafe mit mir hier und jetzt Ja, und ich hab gehört, Chlorophon macht äh, Mädchen willig Das hab ich auch gehört Damit kann man auch angeben Im Chemiekreis Mit der Auflaufprüfung oder was? Jaja, klar Heißt, extreme gagging Test auf Viruskontamination negativ Sie müssen hier links rein Sprinkler aktivieren Wo? Alter Sprinkler Oh Ich hör, Leute Wart mal kurz Keine Bindungen gefunden? Okay Dachte auch was gehört haben Ich hab da ein ganz schlechtes Gefühl Warnung Krüftere Viruskonzentration entdeckt Bingo Dann müssen unsere infizierten Geldscheine in der Nähe sein Halten Sie die Augen offen Und lecken Sie sie nicht ab Oh, schade Wollte an unseren leckenden Trippen haben Hui Hui Yeah Apple Store Yeah Es gibt hier nichts Säp ist doch kaputt Ja Brandgefahr entdeckt Ich habe einen anderen manuellen Zugriffspunkt auf das Brandschutzsystem gefunden Ich schicke Ihnen den Startort Danke, nett von dir Ja Ich hörte das Bellen Oder what the fuck Also dieses Geräusch Wer das gemacht hat Der ist bestimmt Muizor michi Ah, Straßensperre kommt bei mir wieder Hast du keinen Besuch Ja Warum heißt der Straßensperre plötzlich wieder auf dich kommen? Sollst du eine Straßensperre anerrichten? Jaja, im Kaufhaus Ja Wieso kann man sagen Kampf oder Gefahr Und fährt die Entschuldigung, was Bescheid Äh, ich krieg zwar Winsen sind welche Winsen sind welche Das kann ich gar nicht Aha Oh, das warst du Jetzt müssen noch einer Ist so ekelhaft gelb hier Oh, ich habe hinten am Tank getroffen Haha, ein China-Böller Oh, ist das schön Schön Ich liebe das Oh, da kommen noch mehr von seinen Kumpels Jaja Wo wollen die denn hin? Waaah, die wollen zu dir Oh, man Die schießt, die schießt von mir Ja, ich komme zu dir Weil ich glaube, ist es ein bisschen sehr getrennt Oh man Wie du bist am Boden Wie kannst du mir herholen? Ja Locker Spannender gestalten, oder? Das ist ein Schlaf Oh Gott, Gott sei Dank habe ich die als Sekundär Ja fuck you Ja genau Ja, das ist noch einer Elite Gegner Wo? Heißt es bei mir Elite Gegner sind stärker als normale Gegner Ja dankeschön Richtig gedacht Was zur Hölle? Ja und ein Goldner Michi Oder Gelb oder was das ist Gelb höher als mit einer Michi hol dein Geschütz Ah, hast du schon Leck Kein weniger Ja, ja Boah Ich will nicht darauf herumreiten Agent, aber ich brauche dieses Geld Ich habe keine Munition Keine verbrannten Ränder Verbrannt heißt Hitze und Hitze heißt runter mit dem Ballkleid Warte mal kurz, wo ist denn hier, haben wir hinten noch eine Munition gehabt irgendwo? Verbrannte Agenten helfen uns auch nicht weiter Aber ich glaube das kriegt wohl nur einmal oder? Das könnte ich nicht sagen Warnung Viruskontamination bestätigt Michi ist was Angehörige der JTF haben gerade das Eintreffen weiterer Cleaners beobachtet, während sie oben beschäftigt waren Gehen sie ihnen aus dem Weg Ich weiß, ich wiederhole mich Nee, wir können nochmal Munition aufsammeln Sozusagen Äh, hier gibt es übrigens was Ich weiß nicht was es ist hier Der Scheiß hier Müssen es ab sein Müssen wir Ja, wir sind fertig hier Haben wir Sollen wir nicht irgendwo kurz alles durchgucken? Da wo die hingelaufen sind Ja, können wir schon machen Ja, das liegt zum ersten Hilfeset Hier war ich schon Ja Da hinten noch Der von hier gekommen Wir sind einfach so ein Bog gegangen Ah, ok Schau her Hier habe ich was gefunden Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet Das kann ich auch nehmen, weil ich habe schon diesen Flugerstellverkehr Sie verlassen das kontaminierte Gebiet Wuii Ok, na dann, salben uns ab Ich rechts zu links Salben wir einen ab Bereits? Ja Drei, zwei, eins Wuii 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 Hi Batman Oh, Warn und keine Leute ab Was könnte das so bedeuten? Nehmen wir mal in Position ein Die Frage ist von wo kommen die Böse Ah, da kommen sie Von wo? Ja, von vorne Ich habe schon ein paar markiert für dich Vielleicht schon jetzt Ich stehe keinen einzigen Hinten Ah, ok Hinten Scanner? Ja jetzt doch Hinten Scanner am Laufen? Oh Headshot Da kommt ein gelber hin Ja, den müssen wir gehen Der heißt Koschinski Da ist Koschinski aufpassen Alter, der hält richtig aus Ja Empfehle den tragbaren chemischen Tank als Ziel Oh man, Michi Der hält richtig was aus Ach du Scheiße Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl Hä? Jawoll Oh ja Fast keine Lust mehr Ja, der hat gekriegt Ich mache da aber den kleinen Vieh weg Ist ja lustig Oh, ich habe ein Problem Ja, jetzt kommt Lilene auch noch, Michi Ich bin tot Ich bin am down Ja, weil die Idioten, Alter Da kommen wir noch Lilene Als wäre der gelbe Wichser nicht stark genug Drück V Michi V Oder Heil Dich Heil Dich Tschö Alles gut Fett, die McFerfett kommt Oh und ich blute wie ein Schwein Michi, ich habe nicht mehr lange zu leben Du bist am anderen Ende der Mall, wirst du dich machen Tschö, alles cool Alles cool Warte, warte 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 Oh, lauf Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, nein Ja, da ist meine Kranasse Junge, ey Der hat jetzt mal reingehauen, ey Der hat was grünes da gelassen Äh Oh, Mann Was ist denn das für ein Schei... Was geht denn jetzt ab, Michi? Wow, wow, wow Wow Ich bin down Was? Nicht Unmöglich Leck mich doch am Arsch Ich halte echt nix aus Nee, wolltest mich doch mal verscheißern Warum kriege ich so viel Schaden ab? Äh Ich mache hier einen auf Schnecke, gell? Ja, kannst du das alles cool So, tschüss Ich bin beeindruckt, Agent Ach, cool Ich stehe automatisch auf Okay, ich habe eine Skaha Militärversion Weil wir die Suche nach Nadeln im Heuhaufen 4.000 Zorn Schaden Ah, nicht klar So Ähm Ich habe eine Skaha Militärversion 4.800 Ja Brauchst du die? Ja, das ist halt... Also ich finde, als Sekundärwaffe finde ich die krank Und ich habe eine P416 Militärversion Das ist ein Sturmgewehr Ich finde die ist ja Sekundärwaffe jetzt ja Ja, die ist gut Als Sekundär kann ich sie empfehlen Jetzt war kein Aufsatz drauf Ich habe schon mal achtfach Fiese drauf Achtfach? Ja Ja, das ist nicht schlecht Oder zwölffach, was da drauf ist Ja, zwölffach Aber das Ding haut halt rein So Äh, sowas habe ich noch gekriegt Rucksack habe ich nicht gekriegt Eigentlich bloß die Waffe habe ich bekommen Und einen Aufsatz Und zwar Kleiner Unterlauf Bringt dir 1,5 Stabilität You need this? Vielen Dank Agent Die Stammprobe, die Sie gesichert haben Ist sehr hilfreich Ich habe einen Bericht für die Nachwelt Und das DCD vorbereitet Sehen Sie ihn sich an Was hörst? Was ist der Bericht? Keine Ahnung, können wir uns anhören Ich habe Level 9 erreicht jetzt schon Dann Dossier Was für'n Scheiß sollen wir uns denn da an? Die Proben des ursprünglichen Krankheitserregers Aha Muss man sich den Shit reinziehen, ja? Merkt bei dir das Mikrofon eigentlich so? Ne, das ist nicht meins Ok, ich weiß nicht, ist das Max oder wie? Schlimmer Feger Gut, wunderbar Irgendwas bekommen, was? So Ne, nicht wirklich Was ist ein Tragerucksack Wenn wir jetzt 500 von den Medizin Ressourcen bekommen Jetzt kannst du es dann aufrüsten Ja Willst du auf direktem Weg da zurücklaufen oder machen wir auf dem Weg schon noch was, oder? Alles was auf dem Weg ist, kann man schon machen, klar Ah, warte mal Halt, drücken sie F und sich mit Blitz reise Was? Ah, Map und dann F Äh, warte Und zwar Wo ist die? Bei der wäre ja im Westen, aber ich, äh Ich seh sie grad nicht Der orange Gebäude, der Operationsbasis Müsst du so auswesend wie die Wahlhalle Ah, hier, okay Und ich... Äh, das... Wo steht denn das? Nö, ich... Ich hab keine Ahnung Ah Ja Blitzreise bestätigen und CS F oder wie? Äh... Zeig dir die haben, was du machen musst Ah, aber wie ist das X? Ja Blitzreise Ja genau, jetzt bin ich da Jo, also Ich wünsch dir, ich könnte selbst da raus Hey, laufen sie doch nach Ah, küsst dieses Wasser Das Beste im Distrikt Ähm, verkaufen Ja So Kommen sie in einem Stück wieder, okay? Sagen sie mir, wenn sie etwas kaufen wollen Schön, dass sie noch da sind Boah, die ist... Acht'n der Da sind sie ja Danke für das, was sie tun Heißt nicht, verbindete Bedrohung, bitte So, Karantäne Weißt du es? Wahrscheinlich nicht, oder? Na, das nenne ich mal eine Verbesserung Sie sollten das in Rechnung stellen So Ah, geil Ich kann sogar Modifikationen aussuchen Was ich für mich hier Also Den Impulsverstärker von mir, ne? Den Scanner Wie soll ich denn upgraden? Soll ich denn machen, dass der Impuls Eine größere Reichweite hat Und zusätzlich Behälter mit Beute ausfindig macht? Oder Impulsgeber Beschützt den Anwender Und alle Verbündeten Vor feindlichen Spürimpulsen Das glaube ich aber für Darkzone Oder Taktischer Scanner Der Schaden erhöht sich beim Angriff auf feindliche Ziele Die durch Spürimpuls identifiziert wurden Das finde ich besser Das heißt, alle die ich markiert habe, kriegen Mehr Schaden Mehr Schaden, ja Finde ich gut Und zwar Wirkzeit 20 Sekunden Kritische Trefferschadens Ah gut, 2,5% Kritischer Trefferschaden 3,3% Ja, das ist nichts, das lohnt sich nicht wirklich Das sind ein paar Prozentpunkte, Michi Das ist immerhin was Aber wir machen halt mehr Damage auf die Um ein Prozent Wenn ich den Impulsverstärker nehme Haben wir kritischer Schaden 2,9% Wenn ich den anderen Mod nehme 3, irgendwas Prozent Also nicht wirklich viel mehr Aber beim anderen sehen wir wenigstens Kisten Ich kann eh beide machen Also von daher Mache ich erstmal das eine Ah ne, ich muss die umswitchen Impulsverstärker Taktischer Scanner Taktischer Scanner Ich kann jetzt aussuchen welchen ich nehme praktisch Verstehe Taktischer Scanner Ja Das sehe ich beim Angefangen Die Wirkzeit Ja, das lohnt sich nicht wirklich Da ist Impulsverstärker besser Ähm E Okay, ich habe auch mal schnell Apotheke mal hier für 200 gekauft Okay, das haben wir mal vier Vorteile Ah, der ist ne Ich check's nicht Ich check's jetzt gar nicht Ah, okay, da ist es jetzt Impulsverstärker habe ich jetzt auf das, okay Und äh Fähigkeiten Ich kann auch Ah, okay Was hast du gemacht? Apotheke und Beratung habe ich jetzt gebaut, weil es nicht Vorteile Apotheke Ja, steigert alle, ja Aber Apotheke kriegst du zum Beispiel Bastler Sammelt stündlich Stoff, Anfertig, Material, Medizin, Schüpfügel ein Apotheke, ja stimmt, die kann ich auch Und Beratung auch noch, hast du? Aber ja, steigert Credit um 10% Die kann ich nicht Ich habe nämlich den anderen schon gemacht Was bringt mir jetzt mehr? Ähm, das eine macht er 10% mehr Geld Das andere eben, dass er stündlich für dich Material sammelt Kampfkumpel, Vorteil, Bastler Vorteil, Schutzmaßnahmen Beratung, Vorteil, Credit Die Kumpel, äh, wo gibt die Träger Ja, du kannst jetzt den Stoff aufnehmen können Bei der Apotheke Was ist das für ein Symbol? Das ist geil Das ist geil, Apotheke Ja, Kampfkumpel ist allein schon so was Sau gutes Talent Was, wegen den Vorteilen Ja Abisendlich Vorteile Tatsache Muss ich dir aussuchen, er hat Talent anlegen Kampfkumpel Ähm, Fähigkeiten, Vorteile Wie viele Vorteile kann man eigentlich nehmen? Aber man muss immer nur eins anklicken, ne? Ne Die sind automatisch freigeschalten Ja, aber eins musst du auswählen davon Sicher Du musst das Talent anlegen Genau, hast du vier Talentslots hast du Und Fertigkeiten? Fertigkeiten sind das, sind deine Fertigkeiten, die aktiv benutzt Talent ist sowas wie Passives Oh, ich hab noch kein einziges Talent angelegt Ja, ich hab's einfach hier fest reingeschalten, ja, deshalb Schock und Scheu, Kampfkumpel, ja, Kampfkumpel finde ich cool Aber nur wenn man den Hochhebsmacht das sind Ja, aber was bringt mir das ane? Bewegungsgeschwärigkeit, nahe, gar nicht Ich finde das so mit dem Rettungsmedizin gar mal so schlecht Wenn du in dem Erste-Elfe-Paket nimmst, hast du 10 Sekunden und 20% Schadensminderung Das hast aber du, nur ich nicht Ich hab das nämlich nicht freigekommen Ach so, weil ich nicht hab die andere, ah ja, okay, stimmt, ja, dann Schadensminderung bei Sperrfeuer, ich nehm einfach Kampfkumpel, weil ich hab sonst nix frei Ja Vorerst, danach will ich natürlich andere Dinge ab Gut Fertigkeiten Was bräuchte noch? Ich bräuchte Talent Impulsgeber, Tactical Scanner Mod, äh, Erste-Elfe-Taktischer Vorteil, das bräuchte ich Ausweichen Und eine ist keine Ich schau jetzt mal, ob ich noch was anderes upgraden kann Taktik Das war eine geile Fähigkeit Erhöht einfach mal unseren Schaden Ja, das kann ich aber noch nicht Ja, wenn die nicht, er macht das in meinen Tree Das ist gut Ich tu von hier und wenn es kann Den Tech-Stream machen Ah, da ist es Hundestaffel Eine ist keine Das brauche ich Das brauche ich Kopfstoß auf einen Gegner bietet eine Chance von 50% die Kugel nicht zu verbrauchen Das ist für mich eigentlich am coolsten Jetzt kann es richtig losgehen Ab sofort sind sie mein absoluter Liebling So, jetzt pass auf, jetzt nehme ich mein Talent Fähigkeiten, Talente Ja man, die nehme ich Eine wie, eine ist keine Jetzt habe ich Scharfschützen-Munition Kopfschuss 50% dass die Schaden, dass ich keinen Patronenverbrauch habe Das ist geil Ich kann aber komischerweise, warum hast du zwei Fähigkeiten Slots? Ich nur einen? Was meinst du? Ich habe nur einen Talent Slot Endlich eine Einrichtung, um die Hundestaffel zu erweiten Ach so Das macht es uns leichter, gefangene Zivilisten und Militärverschränkte So, dann verkaufe ich mal den Scheiß und dann geht es los, oder? Machen wir noch ein Stündchen Na ja Ah Ah Oh Michi, wir sind Level 9, fällt mir grad auf Ich weiß aber, ich kann nichts einsetzen Wo bist du? Hier am Ausgang So, ich filme kurz meinen Scheiß auf und dann geht es los Also was wirst du machen? Noch so eine Apotheke müssen, oder wie? Müssen wir nicht, ne wir können es was anderes machen Äh, ich geh mal in den Technik-Tree oben Also wir können es eigentlich doch Blitzreise da zum nächsten Safehouse erst mal machen Jetzt pass auf Äh, ja Und zwar X Blitzreise bestätigen Passt Ah, X ist automatisch lauf und sicher auch gerade Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher Dann Ja mal rausgehen Was ist in der Nähe eigentlich? Nö Ist ja wirklich Äh, hier kann man übrigens lesen und dann alle Sonderaktionen Oh yeah Jetzt haben wir alles markiert Ok, ja, unterwegs ist blau, Kampf Gleich mal losgehen Ja, dann Oder zuerst Kampf Ähm Kampf Mein Kampf oder dein Kampf Ah, Unterkampf Unterkampf Unterkampf, okay Danke, dass du mir den Safe ausgeklärt hast Danke, ja Ich hab nie gecheckt was das ist Ich hab das in der Bank Warnung Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich Alter Wir kommen im Leitersimulator Diese Leiter geht nach oben Ding Wenn sie einen Leiter benutzen Können sie nach oben oder nach unten gehen Und weil es so schlimm war Noch eine Leiter Ach, ne oder? Doch, doch Alter, weißt du was? Das ist einfach Sachen, die das Spiel unnötig in die Länge ziehen Ja Was ist das hier für'n Scheiß? Was machst denn du? Hier, ihr gingst links rein? Ach so Man schreibt mir Warum? Ich weiß nicht was das ist, aber Oh, ist das cool Michi? Komm mal hierher Okay Komm mal zurück Das ist hier echt cool Ich hab keine Ahnung was das ist, aber Okay Noch ist es auch sauber Wo geht dieser Ding jetzt weit Ach du bist diesen Ne Wo bist du? Ne? Ah, hier Weißt du nicht von der Ich habe jemanden vom Pressebüro erreicht Was hat er gesagt? Er hat gesagt, sie wüssten es nicht Aber die Heilspiele sind auf unbestimmte Zeit verschoben Und die Flughäfte Aha, da bist du rein wahrscheinlich Ne, ist das safe Haus Hä? Wenn du die Nach zwei Leitern hoch gehst Ich bin die dritte nicht gegangen Die was du gegangen bist Und dann geht's kurz davor Du die dritte Leitern nimmst Geht's links rein Hab ich nicht gesehen, bin ich echt blind Nochmal Einmal Einmal Okay, also das ist in Ordnung Mein Scharfschätzchenwert 5000 Schaden Mein Sekundär 48 Ja, das klingt gut Aber es sind beides halt Sniper Das ist halt das scheiße Ich bräuchte jetzt auch sowas wie du So eine AK noch als Sekundär Wäre geil Wenn ich eine finde, dann kriegst du sie Ja, jetzt bist du hier Geh mal ähm Hier hin irgendwo Äh hoch, guck mal hier Da gibt's ein Handy Waren wir nicht mal schon hier? Ne Hier gibt's ein Handy Hier gab's ein Handy Ja, ähnlich waren wir schon mal Ah, okay Okay, fancy Abgesagtes Spiel Alles klar Schau mal was da ist Gaylords Ich weiß nicht wie wir da hochkommen Geht die Tür auf hier? Nein Hier, hier geht's weiter Links Markus, ich glaub mir hier, dass da hinten noch was ist Ich hab nur nicht extra gewartet auf dich Ich hab nur nicht geguckt Ich glaub, dass da hinten noch Warte, hier geht's auch noch raus Ich hab jetzt extra diesen neuen Mod genommen Bis jetzt hat er mir einen Scheiß geholfen, ne? Mhm Na gut, hier geht's raus, richtig? Nach oben Ja gut, dann lass uns mal unten bleiben Oh doch, da geht's ganz schön weiter Okay, da wo ich bin, sind Fünf Typen Ich komm Hau sie schon weg? Nee, aber die wollen sie wissen abfockeln Okay, mach sie alle BKM, Motherfucker Ich hab was grünes fallen lassen Was, 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 was? Was, 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 was? Was, down, ey? Okay Ich hab gar sein Granatenguld wahrscheinlich getroffen Warte Dankeschön Das muss ich unbedingt aufpimpen Das ist zu wenig Agentenspur entdeckt Hier Wollen wir zu oben bleiben? Oder gehen wir nochmal runter? Ich geh oben bleiben, wenn's möchtest Okay, ne, passt Agentenspur Ah, der Schnee sieht schon saugeil aus, gell? Jaa Und das das Heißt du ne Agentenspur? Heißt du, die zeigt nach Osten In die Richtung angeblich Wir wollen ja eh zum Kampf gehen, das ist nicht noch 200 Meter Ah, hier ist noch mal Agentenspur Zeigt's Hier links rein Okay Ist das Nummer 3 von 4 Äh, woh als andere? muss echt von vorne ja wo sind der scheiß hast du hatte ok jetzt habe ich zwei von vier zwei hier im seitengang ist die drei da du scheiß fliege und irgendwo hier ist die nummer vier irgendwo ich das ist ein telefon militärversion 4500 schaden wo ist der agent ich habe da hinten was gehört glaube ich ich gehe mal kurz zurück ich habe da nämlich irgendwo was so schick und scheiß geht kann sein das ist nun ein ding war ich habe es gefunden vorbeigelaufen was soll der scheiß jetzt ach so vermisst agent gefunden ja ein scheiß hast du siehst du das auch hier moment ich bin noch nicht da aber wo sollen die jetzt sein hier also bei mir liegt hier linksweiner hier liegt nur eine akte halt im eck mir nicht ja habe ich wohl liegen lassen ganz super ganz toll applaus applaus ausweg also recht viel weiter geht recht viel weiter geht es jetzt nicht ja das sind typen auch auch etwas von bedeutung auch rucksack den bereich säubern und verbündete aber das ist schon beim kampf geschehen oder wie nein hier draußen ist das kampf geschehen immer scheinbar hat er dann irgendwas für uns für interesse wo die zwei rucksäcke äh okay wir müssen den ja auf geht's boah ich hab's durchs autoscheibe durchgeschossen das geht woher hinter uns oder hier oh man oh man oh man und tschüss sehr schön sicherheitsflügel ah cool wunderbar ich hab nichts bekommen du ein bisschen ab also xp halt credits hab ich bekommen und ähm 60 sicherheitsflügel und diese ressource ja gut das ist äh ja okay ja gut ja ich glaub das stimmt nicht die werbetafeln sie gehen aus ah crash 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 ah was sagt ihr zu meiner trolling aktion ich hab nicht mit dem was mega das war total überraschend so ähm michi ja also mal kurz ähm ich muss vielleicht les ja ich les das spieler steff oder kannst du mir ein briefing geben und was und was war schon wenn er dann für uns da gepackt weil er bei seiner Eltern ist ich hab ihm einen zettel in die scheibe gehängt danke du Hund noch weniger im game noch ne mhm so und hab in den chat geschrieben boah so ein spaß dpd ist einer einem typen da reingefahren bei uns vor der haustür ah der zettel rein und verpiss dich hehehe sehr schön sehr schön sehr schön doch 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 ein mächtiger gott oh und michi links da man 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 das sehr gut sehr gut sehr gut alter so wir machen jetzt hier ah ein Freund ist die ja dumm grünen ich okay ja doch doch ich habe was gefunden auto agenten ja zwei von fünf das heißt wir haben eins schon mal egal wir gehen in richtung weiter ins haus rein hier liegt wieder was alles ist eins bestimmt nach oben ja sag ich doch china wald ich habe blut strick schall indigo ja toll hier haben wir was gefunden ich bin begeistert alkoholflaschen wird der mama hier ja sie ist aber gerade außer haus sie da ist leer gesucht schwein also mehr umgucken geboren oder machen wir noch die abschließende mission ja 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 hier gehst du verstopf werke aber scheiß drauf kommt dran wo wollen wir wo willst du kampf machen oder was willst du machen ja dieses technologie noch einmal boah ne zu level 12 oder fick dich ja das kannst du sauber vergessen gut dann machen wir ein paar neben ist hier noch das haben abgeschlossen ja mal kampf was ist in die richtung 160 meter gesundheit gesundheit oh gott er schießt es hat sich jetzt alles das spiel gekauft oder das und wir zwei ok naja weil wir geld haben gebomben äh äh ja die hülle ja ja da und ja 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 und das das ist es vor nach noch mehr nach 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 mein griff hat immer 3000 gegeben scheiße nein wir haben es verkackt wahnsinn da waren grüner gegenstand ich kurz ab Junge, 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 hey warum haben die uns so schnell gedaunt oh man die Topadresse der Stadt, sehen sie her hä, warum haben die so aber was, wir können, ja warte mal kurz, wir können schnell reisen oder was hä, hast du schon aufgeben gemacht oder wie ja, ja jetzt pass auf, warte kurz sterben ja, warte kurz, wie kann man da hin kann man sich da hin teleporten, ne ja, ich will jetzt ein safe aus ja, ich auch ja, das ist dein erster Ort, 200 Meter davon weg aber ich frage mich halt, ob man sich da hinporten kann meine Fresse, diese scheißleitern so, wo ist diese scheißleitern also, wie soll ich das mal taktisch vorgeben ich glaube, dass wir echt, also ich hätte nie gerechnet, dass sie so schnell sterben erfassen sie einen Betreu in der Nähe ähm, die gehören nicht zu uns Alter, auf offene Straße geht's nicht zu kämpfen, ihr müsst mich echt abhauen hier irgendwas war hier, zum scannen was ist denn hier passiert? was ist denn der Mülldinger? ja noch ein Problem? was ist denn ein Problem, Mädel? noch ein Problem ja, ohne Scheiße, besser ist es besser ist es aha es ist halt so, es hätte nur früher kommen können aber es hätte auch gar nicht kommen können wenn es nicht passt, Mädel ja, was? ja, hier bei Wettwischen ja, es hätte noch früher kommen können so ein NPC-Tusse nein, NPC-Nega negativ ey ey wo gehst du hin? na, da gab's ein bisschen Beef ja, hast du es geklärt? ja, hab ich ich hab mir mal gezeigt, wie lang man ist hast du es demokratisiert? ja befriedet oh, mein grüner Gegenstand liegt noch da? ja oh, hier komm Michi hol dein Geschütz raus hol ihn raus Michi äh ach, bitte nicht raus du spät, der hängt schon raus nee, Barrow 2 der an und sicher Position frei heißt für die Lurch ok, ich geh mal in Deckung, Leute bist du im Sack? hier in Deckung da sind noch ein paar mehr drin ja, durch die Scheibe, Mann und nochmal, und nochmal jawoll er ist weg noch mehr Gegner kommen sie doch von rechts, oder? ja, da sind sie alles los was? jawoll jawoll ich bleib mal im Hintergrund dezent komm doch letztens von da wow, man darf die Zielversen überlassen da vorne kommen sie was? 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 oh Michi, drei grüne Gegenstände da ist bestimmt was für dich dabei halt immer noch schweiß wir haben nur eine Minute oh nein, Michi wir haben ja wir haben ja wir haben ja wir haben ja Feuerwand ja, noch einer hinter jetzt mal Ruhe danke für ihre Hilfe wie viele grüne Gegenstände sind da noch hier okay also dann haben wir hier einmal M44 was geht denn ab, Mann, Michi? es hört gleich mal auf letzte Welle aber jetzt hast du ja sieben Sekunden noch verteidigen Gesundheit und tschüss oh Gott sei Dank jetzt so so also ich sammle erstmal alles ein und dann schauen wir mal was ich habe oh Michi Unique Items glaube ich was es ist kass aus ich glaube ich habe ja toll Schuhe ah hier sind keine Cleaners was also also mich hast du was nicht wirklich also mp7 m44 karabiner ne ich habe nichts gescheits da schon mal bekommen dann habe ich die Knie schon oh doch verstellbare schon habe ich bekommen die Knie gehe vergleichen mit dem hier schießt ihr eigentlich denn okay ich habe mal hier so viel level neun klimas ach ich glaube ich wie was willst du mehr machen was du ich habe nichts wirklich von ich habe knieschone bekommen jagd schon ich weiß nicht was ich machen soll ich die neuen schoner nehmen habe ich zwar mehr rüstung aber weniger damage ich mache lieber der mensch ganz ehrlich weil das bisschen mehr aber fertigkeiten stärke habe ich dann um einiges mehr elektronik und ausdauer mehr der mensch soll man eigentlich eh ausweichen also ja du bist das ist ja ein taktik shooter normalerweise rennst du da nicht in die feindmengen rein lässt sich beballern verstellbar schon da steht nix wo da was die dinger wert sind das eine gibt mir 319 lebenspunkte das andere gibt mir 173 fertigkeiten punkte spiel ich gleich bleibt beim damage willst du mal gucken ob du level 29 verstellbare schoner gewonnen kannst und mehr leben sollte die schule jetzt mal zeigen oder nicht ja plus 300 und 310 319 lebenspunkte plus 14 prozent extra tötung cp ja dann ja ja warte lassen sie da geht noch was ich gehe mal runter würde ich sagen oder in richtung das ist ein einsatzbericht hat das ist ein scheißdreck eko sind scheißdreck elektronik teile als dass wir können aber was wir machen wie kommen wir gehen wir zum was ist denn das eigentlich gegen stufe 4 safe house haben wir noch nicht freigeschalten man kotze wie schlecht da unten links oder was du mal kurz ich jetzt erstmal blitzreise hierher und zwar zum süd westlichen teil einsatz steht dort abgeschlossen das heißt blitzreise das ist zum camp habsen so jetzt pass auf und dann und dann will ich dorthin zum einsatz ich kann zum camp habsen auch blitzreise machen also folgender vorschlag und hier liegt ein laptop hier liegt ein laptop bei mir hört es mal an das hört sich interessant an wenn es wirklich kein dünn das ist wirklich richtig ist gelaber sollten wir zerstören und hingehen irgendwann mal ja klar ich gehe kurz bis hin und hol mir ein bier warte kurz okay michi bei mir ist der raptor lebensfähig jetzt bis hin und dann geht es So, da ist der Kiesbeck. Hast du dir angehört? Ja... Meinst du, dass das Wack ist? Fake? Nö, kann man schon mal vorbeigucken. Keine Ahnung, Pia. Äh, Pia, Pia. Dann gehen wir erstmal zu der Mission, oder? Ja. Was hast du denn aus? Ja, da, ich hab schon markiert. Safehouse-Mission. Lass mir das mal freischalten. Ah ja, passt. Hä, was? Warte mal kurz. Da hab ich was. Ja, genau. Da hab ich doch irgendwas. Da war irgendwo eine... Irgendwo ein Agent, ja, gell? Ja. Bedrohung gefunden. Drei. Ah, da hinten am Arschfeld. Oh, Michi, I found something. Eine Wumme. Eine Wumme. Eine Wumme, Michi. Hier sollte man auf jeden Fall mal hängen. Und ein Handy. Und seit gestern gibt es drei neue Leichen. Sind schon eingepackt und dekontaminiert. Okay. Schauen wir mal kurz die Pistel an. Und die Handschulden. Ah, die geben mir in Technik. Uh, die Pistel hat sich gelohnt. Ja, hat sie. Ja, die Pistel ist auf jeden Fall fetter. Einmal kann ich hier rein. Hint drin sind elektronische Teile anscheinend oder sowas. Ne, Stoff ist hier. Und Schnapps? Schau mal, hier ist ne Kiste. Oh, zweimal Stoff, einmal. Oh, blauer Stoff Michi. Ja, ich hab nur grün bis ich das bekommen. Ja, blauer Stoff einmal. Schau mich an. Und grüner Stoff. Und warte, dann muss hier Schnapps dann sein. Ich hab nur grünen Stoff bekommen, das ist ja unfair. Und hier, hier, äh, blau. Und Stift im Block. Ja. Du kannst dann absetzen. Ja, ich bin ja krüch. Ich bin ja krüch. Ich bin ja krüch. Bist du ein Hotdog ohne Prezel? Das Hotdog und ein Penis. Mit B oder mit P? Mh, B. B. Sie müssen da dran sein, Agent. Sie müssen da dran sein, Agent. Sie müssen da dran sein, Agent. Ja, ich hab's gehört. Sie müssten da dran sein, Agent. Sie betreten einen sicheren Bereich. Echt? Alter, was ist das für ein Safehaus? Bitteschön. Ja, das wäre ein nicht sicherer Bereich, den wir sicher müssen. Oh, das ist ja so safe, Michi. Da kann keiner, kein Böser rein. Ja. Der ist voll gesperrt und so. Okay, das war's. Ah, hier, hier. Guck mal, hier. Ja, guck mal, hier. Hier, hier, hier. Hier. Okay. Und jetzt, das kannst du rausgehen und Rabatz machen. Ehrlich? Oh, Rabatz. Ich seh's, Rabatz. Mir gefällt dir das Wort. Rabatz. Rabatz. Die sind voll im Level 4 Opfer, Kinder. Oh Gott, dann können wir eine Pistole mal hernehmen. Ja, er kommt ein bisschen. Oh, hier, Kampf. Totaler Krieg. Hier. Abends weg, ja. Äh, hier. Ja, hier. Der Sorge, bitte. Vorgeht das gerne weit? Das hat sich schon gelohnt, dieses Upgrade. Willst du die jetzt echt Pistolen? Ja. Sind die Level 9? Ich weiß nicht, wenn wir gerne sehen. Wenn ja, dann brauchen wir die nicht Pistolen. Ich stehe nicht, ich mache nur. Äh, der will den Polizei mal knacken. Was? Ich sag, wir können das. Ein Uhren. Oh, ich hab da was gefunden. Uhrenhohn. Es ist etwa ein Fahrradverleih. Wo? Hier gibt's nix. Wo? Woh? Das schnitz restrikt, Junge. Wo ist der Granatou? Ah, hier, Michi, hier. Ein bisschen noch. Ah, hier, geht nicht. Der Jeremy, Alter. Der kommt vom Osten. Der Jeremy. Hier. Der Jeremy. Me. Komm. Wir finden den Jeremy Pascal. geil weil da unten liegt was das war jetzt 4 von 5 dann ist das in der nähe irgendwo was ist denn hier eigentlich irgendwas irgendwas ist hier das stimmt ich brauche auf jeden fall zwei von diesen leucht ghetto dinge das ist eine geiselrettung hier wollte bei program sowas geiles gesehen vor einer schreibung auf facebook oh ja was die level oh ja dann ich gebe dem rechten hat jeder warte jetzt mal scannen und boom ja er kommt zum helder treffe ich nicht wo auch was die schule und grüner gegenstand oder eine fliege ist bei mir ich hasse das habe ihn gesehen der kommt nicht weit den bereich nach schlüssel absuchen jetzt habe ich glaube ich was für dich gefunden präzisionsgewehr m1 a classic level 10 macht weniger schaden wie meine svd aber kann gar nichts ich dachte schon mensch du hast das für mich hat hier ist ein präzisionsgewehr gewesen ich weiß ob du das brauchst ist besser fährt als ein skar weiß ich nicht bestimmt nicht ja glaube ich auch nicht aber hier sind chips und da auf dem dresen liegt ein schlüssel ja grüne grüne chips ja und hier ist noch eine kiste oh ein blauer äh ein blauer warum kriegst du keinen blauen scheiß ja weiß ich nicht weil du cheatest hä zwei kisten nur weil ich und ich wirst du rein dann verspricht dir zivilistischen weg er 낮schlüssel jetzt ich habe mich hier ist was ok also ich glaube die nehmen ich als sekunde et cetera ja nehme ich nicht aber das ist eine uzi ich breite einfach schon mal schnelles nehme ich nicht immer sekundär zu wirklich die uzi weil ich brauche wirklich was wird schnell vorher mir bringt es gar nichts ich habe schon ein schatzschützen ich habe ein blaues holster und du jawohl da hat sich das gelohnt leck mich am jara was hast du eine fette blaue rüstung wie viel rüstungswert hat die 47 krass ich habe ein holster mit 414 mehr leben ja meine und schön fähigkeitsstärke auf 4400 pumpen können oh man es ist scheiße jetzt hat das hat sich doch gelohnt ja warte mal kurz meine zähigkeit wenn ich das ding nehmen würde geht noch weiter und ich halte jetzt schon nichts aus ja dann musst du mir geben aber fertigkeitenstärke geht um einiges hoch deshalb scheiß drauf ich mache es jetzt einfach du musst mich halt dann ich bleibe hinten alle ich bleibe hinten glücklich also ich gebe es geht es nicht mehr ich geht es nicht mehr hoch ja ich geht es auf damage was hast du eine rüstung oder was wie ist deine stadt was ist denn deine aktuelle rüstung weil ich habe eine geschissene rüstung 25 ich glaube ja aber die kannst du nicht geben ja dann echt ich habe die graue 30er bekommen ich habe aber keine rüstung warte nein habe ich nicht dann ist sie dieselbe dann ist diese dann ist die selbe scheiße passiert wie mir letztens ich gebe ich will dir ich will dir ein aufsatz ich will dir ein aufsatz geben gibt dir zwei und du gibst mir ein zurück ich habe kummer ich du siehst ja dann im video ist aufgenommen das ist ja nicht verscheißer wer also ich habe hier ich sage jetzt nochmal für das protokoll ich habe hier nur deine 30er rüstung und jetzt pass auf die gebe ich dir sogar jetzt wieder zurück weil aber das ist ja mal geil jetzt pass auf jetzt gebe ich dir die zurück ja halt das kann ja wohl nicht wahr sein hier hast du mir gegeben genau die hier ja doch durch bekommen und dies weg genauso wie mein aufsatz setzen zahler nächstes jahr kommt der zweite raus und dann passiert sowas noch ja also ich kaufte zweiter sowieso nicht zuvor sich 10 euro kostet weil siehst du ja was dann los ist da hättet jemand die wär geil gewesen ja machen wir die kämpfe kommen vielleicht kriegen wir da noch was das ist ärgerlich ich hab die uzi genommen das ist halt schon da gebe ich dir absolut recht aber bei mir ist letztes gestern gestern auch passiert ich hatte die ultimativen aufsatz machen und dann what the fuck oh jetzt hat er geheitet ja was ist das für ein scheiß gangster nigger schau her also ich halte echt gar nichts aus ne ein scheiß trick halte ich aus ok jetzt habe ich es ist ein wunderpunkt ich weiß dass was ich habe jetzt gepistelt warte mal schnell jetzt habe ich aber was eventuell ich sag es immer ja ich war nicht sagst du hast du hast du bist danach ich hätte den sturmgewehr mich ich weiß nicht wie stark das ist ich weiß nicht wie stark das bei dir ist aber das hat bei mir schon stufe 9 3300 damage und es ist sturmgewehr was hat deins aktuell aktuell 2800 ja dann glaube ich ist es für dich definitiv lohnenswert hat der fix da ist es die schwächer aber mal kurz da kann ich ja praktisch das als sekundärwaffe nehmen und zwar hier ist doch ein handy das kannst du durch den zaun aktivieren mich hier hast du zufällig in aufsatz für mich ne warte mal kurz ich kann die eventuell sogar leer yeah ich habe scopes für die aber nur zwölfer was ist das für ein scheiß kann auch ein sturmgewehr kann zwölfer scopes auch machen oder hä noch kurz zieleine bitch optik vier stück ja bestätigen ok dann habe ich einen unterlauf sogar dazu vertikaler griff hä nein warum zeigt er mir sogar meine svd an was das für ein arschgesicht ich will sonst nichts ich will sonst nix ok egal äh färben tue ich dir natürlich noch gut ok 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 m4 habe ich jetzt die m4 oja die verzieht ja gar nicht hä das ist definitiv mein nummer eins warum ist jetzt die nummer eins die scheiß stimmgewehr ja du musst einfach nochmal drauf drücken dann wechselt das wieder wie beim ersten start auf deine eigentliche waffe drückst du das wieder automatisch die reinfolge äh nein macht er nicht was ah jetzt kurz kurz platz wählen ne nicht halt schrott ja super zeig dir im 4 als start wäre so was ist das für scheiß trick ich sag das spiel ist so verkackt mhm warum hast du das gemerkt äh rucksack gezogen mod warum zu teufel ähm kann ich das jetzt nicht auf eins machen ah jetzt hat ok jetzt weiß ich was auf du musst auf die linke eins und zwei da scheiße machen ok also äh wir müssen den kampf besudeln weh hast du denn schon aufgehoben äh wo ist ein handy da oder hier bei dir hier ist nichts von dir kein handy im boden hier so da weil ich konnte auf den Zaun greifen das war das lustige ja ich auch krass cindy cindy miau hehehe scheiße äh moritz ja ähm ich bin gut da im alter er schlägt ihm die fände ja hab ich Oh, links Level 10 bis 12, unerforscht. Hä, warum ist das unerforscht? Komm mal kurz. Ups. Das ist mir aber schlechte Nachrichten für dich. Warum? Weil es losgeht. Dann schafft es ja nicht. Wo bist denn du? Ich hätte doch Kampf markiert. Ja, ja, hä? Wo denn? Ja, guck mal auf die Karte. Ach, den hast du markiert? Ich hab den anderen markiert mich hier, der ist einer, der viel näher dran war. Ja, aber... Aber wir machen erst mal deinen. Ich komme zu dir. Also du bist ja einen Kilometer gelaufen, Alter. Aber da randalierst du schon? Ja, ein bisschen. Ich krieg gar keine XP, du Arsch. Wie, echt nicht? Nein, warte. Deswegen gibbel einfach. Wo bist denn du ein... Alles da, jetzt geh mir aufs Maul. Das ist was grünes? Eine Erste... Ja, eine Rüstung. Ja, ja, der blaue. Voll geil, ich höre mich, ey. Ich teile sie gerne mit dir. Ey, das ist echt ein scheiß Spiel, ey, Junge. Ja, das ist scheiß, ey. Aber wirklich. Ich freu mich schon, wenn du das Video anschaust und siehst, wie das bei mir ausgesehen hat. Wie du es runtergeschmissen hast. Einfach nur ein blauer Scheiß, äh, ein Ding, ein grauer Scheiß. Ja, aber da haben wir es, weißt du, wir müssen es zumindest aufpassen. Ich verstehe es nämlich auch nicht, wie man das, äh, teilt. Ja, das ist halt, äh, das darf er nicht sein, ey, weißt du. Wolltest du den grad pfisten? Ja, so. Ach du kacke, Michi. Wo bist du? Mir geht's doch gut. Ich hab hier Opels, ich hab hier Opels, ich hab hier Opels. Ja, Opels. Nicht schlecht, gut, dass sie zu uns halten. Ich hab hier zwei grüne Objekte. Ja, komm, halt. Einmal ein Scharfschützengewehr, das viel schlechter ist wie meins. Ich hab den Knarre gefunden. Braust du vielleicht das als sekundär, Michi? Du hast nämlich jetzt eine Skar als sekundär und die ist viel besser. Was für den Ding? Warte, ich geb dir das als sekundär. Ja, vorsichtig, ja, auf deiner Hauptwaffe. Jetzt, warte mal kurz. Ja, du lachst, das ist kein Witz mehr. Und eine Pistole. So, ich geb dir eine Pistole. Einmal eine starke. So, die markier ich jetzt. Wehe, die Wichser, tu mich schwer verarschen. So, das ist die Pistole. Alter! Das war die falsche. Ja, der Wichser hat wieder die falsche. Bei mir jetzt auch, Michi. Der hat bei mir die falsche Waffe gegeben. Das ist doch nicht zu glauben. Ist das nicht Ubisoft? Und die ist weg. Und die ist weg, Michi? Ja. Die, was ich dir geben wollte, ist weg. Was, man kann's Favoriten setzen? So ein Schloss-Symbol. So. Das mach ich jetzt nämlich bei allem. So, und die SVD, die wär echt gut für dich. Wirklich gut für dich, mein ich. Jetzt pass auf. Jetzt möchte ich mal kurz das sehen. Wie kann ich Objekt teilen? Jetzt bitte auf. Du hörst einfach nix zu. Das ist dein Problem. Weißt du das? Du duratet und hörst nix zu. Was ist denn? Du kannst gegenstehen mit Tabulator so ein Schloss-Symbol verpassen. Da sind sie gesperrt. Ich hoffe, dass es was verhindert in Zukunft. Dass es Bumm macht. Also eine Tab. Genau. So, ich drück Tab, dann passiert ein Scheiß. Du drückst Halten. Du drückst Halten. Okay. Und das. Das heißt, jetzt probiere ich dir die SVD zu geben, ja? Ja. Ja, das ist auch. Oh Mann. Ist das die SVD? Die SVD, ja. So, und jetzt vergleich die mal mit deiner Scar. Ich glaube, dass die Stärke ist. Tatsache nicht. Tatsache nicht. Nee. Aber die hat keinen Recall. Und du hast diese Möglichkeit, diesen Second Shot zu machen. Aber ich kann das Tenet nicht benutzen, weil ich brauch mindestens 106 Schusswaffen. Ja. Ja, wenn du sie nicht brauchst, mir ist es egal. Irgendwie behalt sie sie oder nicht. Kauf sie. Ist okay, oder willst du sie zurückkaufen? Mir ist es Latte. Dann. Verkauf sie. Ja. Gut, aber jetzt. Ich hab keine Lust mehr. Oh. Ja. Okay. Alles klar. Wir gehen morgen wieder. Selbe Zeit. Selber Ort. Passt. Alles klar, Michi. Ja, hau rein. Dann hauen wir die Session raus. Oh, er ist raus. Geswitcht. Hater. Haters wanna hate. Und. Ja. Wir verabschieden uns für den heutigen Tag. Bis denn. Und sagen. Sag Tschüss, Michi. Bis zu euch. So. Seis. Bis. Bis. Vielen Dank.